Lester, irgendeine Idee, wie ich zur anderen Seite des Gebäudes komme? Du musst ganz rauf auf den Vorsprung über dir. Dann schnapp dir das Stahlseil und los. Ich geb dir mit dem Fahrstuhl ein wenig mehr Schwung. Noch weiter rauf? Na toll. Komm schon, Darwin, das macht Spaß! Was? Hallo und herzlich willkommen zurück zu GeForce Agenten mit BIS. Wir wollen das FBI-Hauptquartiergebäude verlassen. Hallo und herzlich willkommen zurück, ich bin Brohi in dem Spiel. Gut. Überquere den Vorhof. Den Vorhof als die Vorhau. Gut. Ne, 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 nicht, 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 nicht. Hör auf mich zu zu pissen. Gut. Lass mal treffen. Und dann ist es hier auch noch glatt. Warum auch immer. Aber gut. Ähm, übersehe ich jetzt hier nicht mal? Oh, das ist ganz schön tief, ne? Oh Gott. Oh Gott. Du bist auf dem Weg darin. Nächster Stock, Sportartikel und Bahnebekleidung. Was? Ja genau, Alter. Wieder so ein Dyson. Ich kann das hier nicht. Ciao. Wieso ist das mit meinem Jetpack? Sorry. Achso, ich könnte auch wieder zurück. Ähm. Ähm. Okay. Was genau soll ich da machen? Ist das nackt? Das sieht nach einer coolen Aktion aus. Du kriegst echt immer die besten Einsätze ab. Klar doch, Blaster. Ich hab ja soh'n Glück. Tu er es. Ciao. Noch nichts. Um das Schallsein zu nutzen, schneide dich da runter. Ja, ja. Hab ich doch schon. Och, Blöde. Oh. Mama. Oh, wieder dieser Philips-Rasierer, ey. Ich krieg dich krampft. Junge, 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 Junge. Ja, und natürlich wieder so ein Dyson. Oh, Dyson, klar. Oh. Oh. Der macht mich fertig, ne? Jetzt wollte ich ihn fertig. Ciao. Schick mir ne Grußkarte. Gut. Das war's dann wohl mit der Grußkarte. Ähm, okay. Andere Richtung, Darwin. Danke. Hallo? Könntest du bitte... Hallo? Ich... Nein! Darwin! Darwin! Please! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Allah! Das Leben von Darwin zog grad an mir vorbei und dabei ist es nicht mal mein Leben. Ach du Scheiße. Ja, das hat, äh... Äh, 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 äh... Ja. Rot funktioniert. Wie, die ist leer. Was ist das denn? Finde selber. Okay. Aber mir fehlt noch ne Waffe. Vielleicht ist die optional. Dies could be possible. Komm, ich hol das mal. Ich werd's nicht brauchen, aber... Dann... ...heißt es am Ende wenigstens nicht... Na, jetzt sind wir geholt. Jetzt sind wir eingesetzt. Okay, das könntet ihr immer noch sagen. Auch wenn ich es schuldet habe. Okay, jetzt hab ich Angst. Was? Huarres, ich... Ich sehe Saber. Sekunde, Darwin. Ich empfange ein paar komische Werte. Keine Ahnung, was das... Ich nehme nicht an, dass ihr euch ergebt. Nur keine Bange. Ich habe bereits Mr. Sabers Pensionsplan ausgearbeitet. Allerdings fürchte ich, er wird ihm nicht besonders viel Freude bereiten. Huarres, finde heraus, woher das Hologramm kommt. Den wirklichen Lennart Saber zu finden, macht es nicht gerade leichter. Bereit aufzugeben, Nagel? Wenn nicht, hab ich noch mehr Überraschungen parat. Sie warten nur auf euch. Okay. Finde den echten Saber. Okay. Musik. Ich weiß, ich muss das nicht machen, aber ab und zu mache ich es ganz gerne. Oh. Was immer da war, ist jetzt... Was ist denn jetzt los? Okay, Team. Ich muss konzentriert bleiben. Hey. Sag mal. Frech. Ey. Sag mal, ich... Ähm. Nice. Ernsthaft? Monsterwellen? Spiel? Und dann treffe ich mich. Ich bin schlauer als vorher. Ich glaube nicht, ne? Immer noch von der Rasse dumm. Aber... Okay. Du? Ich kann es mal... Kacken gehen, ey. Hilfe! Ich spiele mit Controller. Ich kann nicht nur... Boah, das ist von Assi. Laberchips. Nice. Nice. Was kommt jetzt? Nee. Das ist einer dieser Momente, in denen ich mir wirklich wünsche, dass Blaster hier wäre. Oh, nee. Nicht du. Aua. Okay. Ich bin gleich... Ich bin gleich macho. Aber das ist mir im Moment lieber als... Geld dafür auszugeben, Chips dafür auszugeben, für eine volle Energie, weil, ähm... Ich hab mehr extra Leben als das. Manchmal ist der Tod die bessere Wahl. Hilfe! Ha, 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 ha. Das ist für dich natürlich... Dein absolutes Todesurteil. Gut. Wie komm ich hier rein? Ich hab jetzt alle besiegt. Oder auch nicht. Oh, nee. Nicht die Kaffeemaschine. So gut können die nicht sein. Oh, I hate you. Achso, das ist gar nicht das Ding. Doch, ist es. Das wollte ich gar nicht schießen. Ja, okay. Ich bin gleich Matsch. Hat das... War das gezählt? War das ein Treffer? Boah, die Finger, ne? Ja, komm, mach deinen anderen Scheiß. Sehr gut, sehr gut. Ich hasse dich, das Ding. Ich glaube, ich kipp um. Warum? Wieso? Weshalb? Vorne, nur wieder ein bisschen Munition. Dann ist alles wieder am Start. Kostet zwar ein paar Chips. So, aber... Oh, Speichern. Ja. Bitte. Boah, da ist irgendwas Neues? Nichts zu Sabers Aufenthaltsort. Aber ich hab eine Idee. Wenn wir dein Infrarot-Equipment mit der Überwachungsanlage des Gebäudes vernetzen, sollte ich triangulieren können, wo sich der echte Saber aufhält. Gute Arbeit. Also, was soll ich tun? Das ist der schwierige Teil. Du musst zur nächstgelegenen Uplinkstation. Und die liegt im Büro der Abteilung für Hightech-Verbrechen. Die hat vermutlich eine Hochsicherheitstür. Und wer weiß, was sonst noch. Abgesehen davon wird's ein Spaziergang. Okay. Wir müssen uns... Zugang verschaffen. Wo ist denn mein Saber... Mein Saber Lisa? Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, jetzt aber hier nicht frech werden. Ach, das sind die... Oh, ich hatte das gerade gar nicht. Okay. Okay, ihr wollt Stress? Ihr kriegt Stress! Das ist eine Scheibe. Was eine Scheibe? Achso. Braucht mich anzuwichsen. Guck mal, das ist ein Kinderspiel. Halt die Fresse. Baller dich kaputt. Oh. Ich wusste nicht, dass ich hier runter kann. Aber gut. Oh, Chips! Lecker. Eine Waffe müsste ja noch kommen, ne? Ja, die ganz unten. Ich dachte, echt, das Spiel wäre vorbei, ne? Also, ich dachte echt, das ist... Ja, egal. Freunde, ich hab... Ich hab ne Vermutung. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Und zwar... Und zwar... Moment, ich, ähm... Ich, ähm... Mach erst mal hier. Dann da. Und dann passt das. Ähm, und zwar... Das Spiel gibt es ja für... Ach, weiß Gott, wie viele Plattformen, ne? Nintendo DS, Nintendo Wii, PSP, Playstation 3, Xbox, PSP, ähm... PC. Ich weiß nicht, was sonst noch alles. Ähm, das hier ist ja die PC-Version. Ähm, und meine Frage ist jetzt... Bei so vielen verschiedenen Plattformen macht es doch Sinn, das Spiel individuell zu gestalten. Und IG ist da von Disney ja auch ein Freund. Jetzt mal ne Frage. Kann es sein, dass jeder Version anders ist? Und mit anders meine ich nicht. Ja, okay, da gibt's ne langweilige Mission mehr und da auch. Aber an sich ist halt trotzdem alles, ne? Langweilig. Ähm... Und, äh, ja. Wie soll ich sagen? Deswegen... Ja, ist meine Frage. Unterscheiden sich die einzelnen, äh, Konsolen oder generell Plattform-Versionen voneinander? Da, wenn ein ganz besonders bösartig aussehender Reißwolf bewacht dort die Tür. Aber ich glaube, ich weiß, wie du an ihm vorbeikommst. Nämlich wie? In deiner Nähe steht einer dieser Holo-Scanner. Er wird eine Holodisk-Version von dir projizieren, Darwin. Setz diese den durchgeknallten Haushaltsgeräten vor und sie werden dich vollständig ignorieren. Sollte hinhauen, solange deine Kopie ordentlich Gas gibt. Blaster, manchmal bist du einfach brillant. Transportiere die Holodisk, indem du die Elektropeitsche verwendest. Setze sie deinen Feinden vor, um für Ablenkung zu sorgen. Eine Holodisk kann von Feinden angegriffen und beschädigt werden. Warum hält sie nur begrenzte Zeit? Warte, darf man sich sehen. Was machen die jetzt mit dem Ding? Okay. Gut. Wer schafft ihr Zugang? Okay. Okay. Mooch, aller Freund. Auf geht's. Let me look, aller. Let me look. Warte mal, bin ich nicht. Das ist ja nicht von hier gekommen. Wow. Ich bin echt schlau. Ja, ich, ähm... Hm. Was? Wer schafft ihr Zugang? Okay. Ich gehe mal auf die andere Seite. Mal gucken, was hier ist. Lecker Chips. Und noch so ein Scanner. Hier, leckerchen. Ich probiere mal was. Aha. Ey, 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 ey. Frech. Aber warte, sag bloß. Ciao. Oh. Das bisschen kälte. Ihr habt doch dieses schöne, warme Fell. Meine Spielzeuge haben mit dem Kühlsystem gespielt. Ich fürchte, es wird euch noch viel kälter werden. Du bleibst besser in Bewegung. Mehr Schmerz. Nö, 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 nö. Ich nö, nö, nö. Scheiße. Scheiße. Ey. Okay. Sag mal. Das ist Assi. Sehr gut. Okay. Ah, das grenzt ja eine Eishalle. Hier waren wir schon mal. Ich meine mich zu erinnern. Die GBL-Kopfhörer waren beim letzten Mal nicht da. Scheiße. Was mach ich gegen ihn? Was? Warte mal. Ey. Da wohnen wir durch die meisten Waffen. Der Körper wird zwar durch... Ach so. gonna die GBL-Kopfhörer waren beim letzten Mal nicht da. Oh. Oh, ist es denn da? Ich mag die nicht. Bleib cool, Junge. Ja, bleib cool, Alter. Boom. Chakalaka. Keep cool. Digga. Okay, hier können wir nichts hacken. Hack, hack, hack. Hack mein Herz kurz und klein. Geh durch die gefrorenen Büros. Das klingt doch irgendwie so illegal. Also klar, wir sind Aufgaben an Missionen. Natürlich ist es illegal. Aber ich meine im Sinne von... Das klingt falsch. Also mit falsch meine ich nicht. Zweideutig, aber... Okay. Aha. Okay. Cool. Nice. Nimm's mit. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Geh durch die gefrorenen Büros. Holodisc. Verstehe ich nicht. Okay. Vielleicht. Nee. Auch nicht. Feuerlösche. Ah, nein, 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 nein. Hä? Okay. Okay, das geht durch die Glasscheibe nicht. Ähm, was genau möchte das Spiel von mir? Ich meine, er hat die getragen. Ja, okay, das ist toll. Wie? Ich kicke nur eine? Sag bloß. Das ist jetzt doof. Liegt die da noch? Halt mal die Klappe. Das ist Kacka. Kann der das bitte lassen? Ich kann mich dem nicht nähern. Okay, kriege ich die jetzt überhaupt noch wieder? Warte, sag bloß. Ich muss die so platzieren, dass ich schießen. Okay, der visiert das an. Wie ist das denn, wenn ich jetzt sage? Was, was ist dann happening? Oh, ernsthaft? Ja, natürlich. Jetzt bin ich in diesen Radius reingefallen. Okay. Oh, du willst mich doch verarschen. Was war das jetzt? Hat irgendwas übrig? Bönus. Ja, Mutsch kriegt dich ein. Wo ist denn jetzt das Hologramm hin? Wurde kaputt gemacht? Okay. Anscheinend. Hm. Okay. Nimm's mit. Hm. Sag mal, der Bewegungssensor, ne? Der müsste doch auch Wolken. Okay. Ey, hier. Kollege. Nein, 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 nein. Das geht mir auf den Sack. Oh, Störung. Störung. Ich versteh's nicht. Um ganz ehrlich zu sein, versteh ich's nicht. Ich muss doch durch die Tür. Aber dafür bräuchte ich ne Schlüsselkarte. So. Ja. Jetzt liegt das Ding da. Inaktive Sabberlinge außer als Geräte entdeckt. Aber da passiert nix. Oder sehe ich das falsch? Das ist doch nicht wahr. Wie komm ich denn da? Nein. Bitte was? Die schwarzen. Immer diese unnötigen. Entschuldigung. Aber was? Was? Was will hier von mir? Ich krieg's nicht geschissen. Toll. Ja, wow. Jetzt ist es kaputt. Toll. Dankes Spiel. Ja gut, die Folge ist ja jetzt auch gleich vorbei, ne? Aber gut, ich versteh. Geht durch die gefrorenen Büros. Ja, aber wie denn? Ich versteh's nicht. Da hinten wird ja nicht anvisiert. Und ich kann den ja auch nur hinlegen. Findet der den da überhaupt? Achso! Ey, Kollege, komm mal mit. Pack den mal nach da. Wie soll ich den denn? Hä? Muss ich das so übers Eck schmelzen? Oder muss ich das hier zum Schmelzen bringen? Ja, passt ihm wieder nicht, ne? Boah, das geht mir. Das tut mir leid, aber das geht mir auch nicht auf den Senkel. Leider Gottes passierte auch nichts. Freunde, ich werd das Offscreen ausprobieren. Und sobald es mir dann gelingt, nehm ich euch dann wieder mit rein. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's geht's. Ciao.